Was ist das denn für ein Fail? Ist euch übrigens mal aufgefallen, wie krass groß die 24 ist? Und zwar, ja, oh, gleich zwei Sachen. Hello! Willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing. Ein Kalender, auf den ihr alle schon sehnlichst gewartet habt. Und zwar der ultra schicke Amazon Beauty Adventskalender. Der ist ja jedes Jahr mega, mega gehypt. Ihr müsst den auch immer schnell bestellen, damit er nicht ausverkauft ist. Aber der ist gerade rausgekommen. Also keine Panik. Ich verlinke euch den natürlich. Aber der soll richtig, richtig gut sein. Und ich bin so gespannt. Einen mega Wert haben. Der ist auch nicht so teuer. Und im Kreis blende ich euch hier ein. Und wir öffnen den mal. Ich finde, der sieht auf jeden Fall cool aus. Man macht die Schleife halt so auf. Und dann sieht das Ganze so aus. Also so richtig lang. Also voll cool gemacht auf jeden Fall. So sieht der Kalender jetzt aus. Und wir fangen einfach mal an mit der Nummer 1. Ich erwarte auf jeden Fall wieder coole Beauty-Produkte. Und einen super hohen Wert am Ende. Werden wir es ausrechnen. Zwei von euch können natürlich am Ende diesen Adventskalender gewinnen. Also das habe ich natürlich nicht vergessen. Alles, was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr am Ende. Hier haben wir einfach von Dr. Barbour eine Collagen-Booster-Creme. Barbour ist immer sehr, sehr beliebt. Also so sieht das Ganze aus. Und wie gesagt, Barbour ist eine sehr hochwertige Marke. Und für seine Gesichtspflegeprodukte sehr, sehr bekannt. Und vor allem auch für die Ampullen. Und diese Creme finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Ja, muss man mal ausprobieren. Aber ist schon mal ein cooles Produkt. Oh, zwei ist ganz, ganz klein. Hier haben wir einen Nagellack von Nails Inc. Landen. Einen richtig schönen roten Ton. Die nennt sich... Die Farbe nennt sich Tate. Hübscher Farbton auf jeden Fall. Gefällt mir richtig gut. Ist so ein richtig schönes, intensives Rot. Sehr cool auf jeden Fall. Gefällt mir richtig gut. Und die Farbe ist wirklich sehr, sehr schön. Türchen Nummer drei ist dieses schwarze hier. Und es ist sehr schwer. Eine Creme. Eine Handcreme von Barningen. Ich glaube, so nennt man die Marke. Mit wilder Rose. Und das hat so eine Protecting-Eigenschaft. Also es soll halt so die Hände vorm Einreißen und so schützen. Gehen wir doch direkt mal aus. Oh, das ist sehr, sehr dickflüssig. Also es ist eine richtig dicke Creme und nicht so irgendwie so eine Lotion. Oh, riecht richtig gut. Richtig blumig. So wie so ein Garten einfach. Richtig, richtig lecker. Das gefällt mir richtig gut. Und finde ich cool. Also so eine sehr dicke Creme, die eben halt dann die Haut so einen Schutzfilm über die Haut legt. Das ist wirklich sehr empfehlenswert im Winter. Und I like. Weiter geht's mit Nummer vier. Haben wir hier. Hier haben wir etwas Kleines. Und zwar von... Was ist denn die Marke? Wie heißt die denn? Mina? Oder Niam? Ich hab keine Ahnung. Ein Eye Primer. Also anscheinend etwas, was man... Ja, so eine Augencreme. Sagt mir auf jeden Fall erstmal nichts. Die Marke finde ich aber sehr spannend. Und eine Augencreme kann man, finde ich, immer gebrauchen. Gerade im Winter ist ja die Augenpartie wirklich eher trocken. Aber wie gesagt, mir sagt die Marke auf jeden Fall nichts. Und hier haben wir auch schon die Nummer fünf. Oh, hier ist irgendwas rausgefallen. Und zwar... Ja, oh, gleich zwei Sachen. Richtig cool. Äh, von Kneipp. Zwei Produkte. Das ist ja mal mega. Zwei Produkte in einem Türchen. Von Kneipp haben wir einmal diese Badekristalle hier. Entspannung pur mit Melisse. Aber das passt ja mega gut so in die Winterzeit. Und, äh, finde ich richtig cool. Und dann haben wir hier noch von Kneipp ein verwöhnendes Creme-Öl-Peeling. Mit Camellie. Nicht Camellie, sondern Camellie und Argan. Das fühlt sich wohl lustig an. Kann man so voll kneten. Das Produkt kenne ich auf jeden Fall auch noch nicht. Aber finde ich sehr, sehr spannend. Und klingt natürlich super pflegend. Und da muss man mal sagen, man kriegt bei dem Amazon-Kalender auf jeden Fall immer richtig was für sein Geld. Weil alleine ein Produkt ist ja jetzt nicht nichts wert. So, wisst ihr, was ich meine? Kneipp ist ja eine hochwertige Marke. Also, ne? Klar, auch wenn es Drogerie ist. Aber finde ich ja richtig cool, dass da gleich zwei Sachen drin sind. Dann kommen wir zur Nikolaus. Guck, man muss hier halt aufpassen. Also, man muss alle die Türchen wieder reinmachen immer. Hier haben wir etwas Eingepacktes von Foreo. Wie cool eine Forea Luna Play. Das sind ja diese kleinen Gesichtsreinigungsbüsten, die wirklich ultra gut sind. Ähm, da steht auch drauf Tiny But Mighty. Ähm, die ist... Ach so, ein... Genau. Da reinigt man wirklich sehr, sehr porentief rein sein Gesicht mit. Und die sind sehr, sehr gehypt. Diese kleine Travel-Größe ist richtig cool, weil man die einfach perfekt zum Mitnehmen nutzen kann. Und die Farbe heißt übrigens Sunflower Yellow. Richtiges Highlight, diese kleine Gesichtsreinigungsbüste. Das finde ich richtig cool, dass das da drin ist. Vor allem auch an Nikolaus nochmal so ein i-Tüpfelchen. Oh, Number 7 hier. Ist richtig, richtig groß. Hier haben wir etwas von Seba Med. Und zwar eine Augencreme. Das ist ja cool. Mit Q10. Feuchtigkeitsspendende Pflege. Wirkt gegen Faltenbildung. Oh, oh. Und Dämma logisch getestet natürlich, ja. Mit sowas macht man auf jeden Fall nichts falsch. Und Seba Med ist auf jeden Fall auch eine richtig gute Marke. Genau, schon ab 30 Jahren nimmt die Produktion von Q10 ab. Oh, oh. Ich fange mal lieber jetzt an. Nummer 8 ist wieder relativ schwer. Oh, ich liebe diesen Kalender, ne. Jetzt schon. Und zwar haben wir hier von Darf diese pflegende Handdesinfektion. Das kenne ich noch gar nicht. Das ist ein neues Produkt, oder? Ich habe gerade so gedacht, das ist bestimmt eine, ja, ganz normale Handcreme. Ich zeige es euch erstmal. Es sieht so aus. Habe ich noch nie gesehen. Alleine auch diese Verpackungstube. Also 99% der Bakterien und Viren werden damit entfernt. Das ist ja richtig crazy. Das riecht irgendwo nach Desinfektionsmittel, halt so nach Alkohol. Und gleichzeitig riecht es ein bisschen nach Darf. Nach dieser typischen Body Lotion. Das ist ja mal mega cool. Ich stehe auch drauf, 8 Stunden Feuchtigkeit. Das Produkt, nach dem habe ich immer gesucht, weil ich finde Desinfektionsmittel trocknet so hardcore die Hände aus, ne. I love it. Vor allem eine Sache, die ich auf jeden Fall noch gar nicht kenne. Falls ihr das schon mal in der Drogerie gesehen habt, schreibt mir mal. Aber ich glaube, das gibt es noch nicht so. Nummer 9. Hier haben wir von Ghoul, sehr cool, ein Kopfhaut-Sensitiv-Shampoo mit weißem Tee und Wasserminze. Das ist so eine kleine Reisegröße. Ich mag ja Ghoul-Shampoos richtig gerne. Ich finde, die sehen nicht nur von der Packung gut aus, sondern die reinigen die Haare auch immer richtig schön oder dass die irgendwie nachfetten. Oh ja, das riecht auf jeden Fall sehr, sehr frisch und sehr lecker. Dann weiter geht es mit Nummer 10. Hier oben, oh, was ganz Flaches. Hier haben wir von Beleda eine Skinfood Lip Butter. Intensive Sofortpflege für super trockene Lippen. Kann man, glaube ich, jetzt im Winter auch sehr, sehr gut gebrauchen. Auch Beleda ist ja, glaube ich, Naturkosmetik. Also finde ich auch sehr cool, dass das da drin ist. Finde ich auf jeden Fall ein sehr spannendes Produkt und freue ich mich drüber. Dann haben wir hier Nummer 11. Oh, sehr schwer. Hier haben wir, ach wie cool, von Nivea dieses feste Shampoo mit Reismilch. Und zwar ist das dieses pH-neutrale, pH-Balance für fettiges Haar. Ich muss sagen, dass ich das irgendwie auch noch nicht kenne. Ich habe ja schon viele feste Shampoos getestet, aber das auf jeden Fall noch nicht. Finde ich richtig cool. Ist so krass, wie festes Shampoo einfach früher schon mal im Trend war und dann einfach so diese Tube aufkam. So sieht das übrigens aus wie so ein normales Stück Seife. Riecht sehr neutral. Also eher nach gar nichts, würde ich sagen. Ja, Produkt kenne ich, wie gesagt, auf jeden Fall noch nicht. Dann Nummer 12. Oh, was von Elizabeth Aden. Und zwar eins, irgendeine Reinigungseszenz. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so richtig, wofür das ist. Die Essenz ist so leicht wie Wasser und zieht schnell ein, um müde Haut zu revitalisieren und die natürliche Produktion von feuchtigkeitsspendenden Ceramiden zu unterstützen. Ganz so sieht es so aus, kenne ich auf jeden Fall noch nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal richtig, was Ceramide sind. Aber anscheinend ist das irgendwie wichtig für die Haut und für die Feuchtigkeit. Nummer 13 ist richtig groß hier wieder und auch sehr schwer. Von This Works. Eine Deep Sleep Body Cocoon Multitasking Beauty Creme. Ja, ist einfach eine Creme für den ganzen Körper und soll man sowohl morgens als auch abends auftragen können. Ja okay, warum auch nicht. Und ist mit Shea Butter und auch RT-Aging. Die Marke sagt mir irgendwie schon was, aber ich habe die jetzt noch nicht so oft gesehen. Aber auf jeden Fall auch cool. Das sind übrigens auch 100ml. Also das ist eine gute Größe. Dann Nummer 14 hier. Oh, okay, ein Riesenpaket für einfach nur einen Stift. Und zwar wieder von dieser Marke Thrina oder so, keine Ahnung. Und zwar ein Eyeliner. Pen, einfach so einer mit so einer Filzstiftspitze. Ja, finde ich cool. Kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Marke, wie gesagt, kannte ich eh vorher nicht. Sehr spannend. Auf jeden Fall ein Eyeliner kann man immer gut gebrauchen. Und Filzstift-Eyeliner sind sowieso meine Highlights. Also ich mag die am liebsten. Dann Nummer 15. Fantast, wie cool. Und zwar dieses Volumen-Powder. Das kennt ihr bestimmt. Das ist dieses Puder, was so ein bisschen in den Händen so ein bisschen stumpf wird. Und was man so in die Haare geben kann. Und dadurch hat man richtig so Grip. Und kann halt so Volumen machen. Richtig cool. Das gibt es auch von anderen Marken. Das gibt es auch von Balea und so. Aber von Taft habe ich es noch nicht probiert. Und das finde ich richtig cool, dass es da drin ist. Vor allem so für Frisuren vielleicht so jetzt so zur Weihnachts-Winterzeit. Wo man vielleicht ein bisschen was Aufwendigeres macht. Oder auch Haare mal offen trägt. Und das funktioniert auf jeden Fall wirklich gut. Ich hatte das schon mal von Langhaar-Mietchen, glaube ich. Und das war ultra gut. Dann sind wir bei Nummer 16 angelangt. Und zwar von Feind. Eine Peel-off-Detox-Maske mit... Ja, witzig. Wie witzig sieht das denn aus? Seht ihr das hier unten? Wie so eine Tube. Jetzt muss man so aufdrehen, dann kann man so rausquetschen. Wie so quetschi. Mit Aktivkohle. Ich finde auf jeden Fall diese Verpackung richtig lustig. Sehr interessant. Nummer 17 haben wir hier hinten. Ist wieder klein. Und zwar haben wir hier von Elemis. Eine Collagen-Creme. Anti-Aging. Einfach eine Tagescreme mit 15ml. Die Marke sagt mir jetzt auch nicht so wirklich was. Also ich glaube, ich habe die schon mal in einem Kalender gehabt. Kann auch sein, dass die schon mal bei Amazon drin war. Aber finde ich auf jeden Fall ganz gut. Machen wir direkt weiter hier mit Nummer 18. Etwas von Revlon. Sehr, sehr cool. Ist auch, glaube ich, jedes Jahr bei Amazon dabei. Und zwar ein Instant Detangling Conditioner. Also praktisch etwas, was man ins Handtuch trockene Haar ganz normal sprühen kann. Und dann kann man die Haare mega, mega gut durchkämmen. Perfekt. So eine Reisegröße. Die werde ich auf jeden Fall für mich einpacken, falls sie in den Urlaub fahren. Weil ich kann das immer sehr gut gebrauchen. Vor allem, wenn man im Meer war oder so. Cool, dass es da drin ist. Das will ich mal ausprobieren. Denn Revlon ist ja auch eine sehr renommierte Marke. Oder es riecht auch schon, es riecht schon nach Friseurprodukt und teuer. Dann sind wir schon bei Nummer 19. Oh, es wird immer leerer hier im Kalender. Ich finde, der macht richtig Spaß. Hier haben wir von Art Deco eine Lip Color. Also so ein Liquid Lipstick anscheinend. So sieht die Farbe aus. Finde ich auf jeden Fall richtig, richtig hübsch. Und ist so ein richtig schöner, ja herbstlicher Ton. Das finde ich auch ein Highlight. Den Tartton, ich glaube, den werden ganz viele mögen. Dann bei Nummer 20 sind wir. Ich bin so gespannt, was in 24 drin ist. Ich will das jetzt wissen. Oh, hier haben wir von Mavis diese Zahnpasta. Die kennt ihr bestimmt auch. Das ist diese Mintzahnpasta, die so ein bisschen retro aussieht. Ich glaube, die war auch schon mal drin. Aber die ist richtig gut. Also ja, ist auch so eine Triple Size mit, ich glaube, 50 Millilitern. 25 Milliliter. Aber die ist ganz gut, muss ich sagen. Ist auf jeden Fall sehr intensiv minzig. Dann Nummer 21. Was ist das denn für ein Fail? In der 21 ist einfach das gleiche Produkt drin. Und zwar nochmal dieses pH-neutrale feste Shampoo. Hä? Das kann doch nicht sein. Original das gleiche Produkt, Leute. Das seht ihr ja hier, ne? pH-neutrale Shampoo mit Reismilch. Das muss doch irgendwie ein Fehler sein. Okay, ich glaube, da soll etwas anderes drin sein. Und zwar eine Pflegedusche von SebaMed. Eine feste. Also ich glaube, da wurde sich einfach vergriffen. Und zwar ist die von SebaMed eine feste Pflegedusche mit Mango und Ingwer. Ich glaube, das soll da drin sein eigentlich. Ich blende euch jetzt mal den Preis ein für diese Pflegedusche von SebaMed, die eigentlich drin sein soll. Ähm, weil ich bezweifle, dass das bei jedem so ist. Fail. Gut, machen wir weiter mit 22. Das finde ich ja ganz komisch, aber passiert. Hier haben wir nochmal eine Handcreme. Und zwar gegen sehr trockene Hände von Vase Null. Parfumfrei. Ja, ist auf jeden Fall auch perfekt für trockene Hände. Ist übrigens von Unilever. Also, falls ihr die Marke nicht kennt. Haben die nicht auch Vaseline? Ja, also ich kenne diese Marke, glaube ich, mit diesem, dieses Logo von Vaseline. Aber ganz gut. So, bei Nummer 23. Ich habe ja schon gesichtet, was da drin sein könnte, eben aus Versehen. Und zwar von Neutrogena Glow Boost. Eine revitalisierende Tagespflege. Sehr cool. Ist ein Full Size Produkt natürlich. Kann man auf jeden Fall mal gut testen. Ich kenne das auf jeden Fall noch nicht. Also, ich habe das schon mal gesehen in der Drogerie, aber noch nicht ausprobiert. Aber cool, dass das nochmal da drin ist. Das finde ich auch nochmal ein Highlight. Ich bin jetzt einfach so gespannt, was N24 ist. Das habe ich zum Glück noch nicht gesehen. Und das ist einfach unfassbar schwer. Und guckt mal bitte, wie groß das ist. Nein. Letztes Mal war da doch ein Glätteisen drin. Ich erinnere mich, das ist einfach ein kleiner Miniföhn für on the go. Wie krass ist das denn bitte? Einfach ein kompletter Föhn. Vor allem, Remington ist auch richtig gut. Und diese Reiseföhne, wir haben nämlich keinen mehr. Ich habe mir, also wir hatten so einen ganz Gamm liegen, wo immer schon die Haare verbrannt gerochen haben. Und jetzt haben wir zwar zu Hause einen normalen Föhn, aber keinen kleinen zum Mitnehmen. Das ist ja mal I love it. Das ist ja nochmal ein richtiges Highlight hier in der 24. Der Kalender sieht sehr zerrupft aus. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Ich finde, der Kalender ist ein absolutes Highlight. Und für alle, die eben so mittelmäßig viel Geld ausgeben wollen, der kostet ja 75 Euro knapp, ist es auf jeden Fall was. Ihr habt einen krassen Wert. Ich blende euch den hier einmal ein. Und ich finde, das lohnt sich total. Da sind immer tolle Produkte drin. Also Amazon gibt sich jedes Jahr mega Mühe. Und wie versprochen können jetzt zwei von euch den Adventskalender gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist mir auf Instagram zu folgen. Dann außerdem meine drei letzten Beiträge zu liken und diesen Emoji unter einem meiner letzten Beiträge auf Instagram zu kommentieren. Dann weiß ich Bescheid, dass ihr mitmachen wollt. Die Gewinner werden dann per Instagram-Direktnachricht von mir persönlich. Das ist ganz wichtig angeschrieben. Und dann bekommt ihr das Paket nach Hause geschickt. Ansonsten habe ich sehr, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne, welchen Adventskalender ich als nächstes auspacken soll. Und dann sehen wir uns schon mal im nächsten Video wieder. Tschau! Tschau!